Venedig ist eine wunderbare Stadt. Sie hat etwas zu bieten. Sie hat eine Kultur. Sie hat eine wunderbare Architektur. Sie hat Kanäle und trotz der weislichen Bedienung. Das Beste an Venedig ist der Exportartikel. Sie sind hier mit Anne Guido einfach und das meine ich jetzt eher ernst. Die Guido und seine Band nehmen einen grossen Aufwand auf sich. Sie haben gestern ihre Häusernverlage, die zum Teil unter Wasser stehen. Sie sind hierher gekommen und glauben, dass sie nicht weggehen können. Das können wir gar nicht gross zahlen. Wir sind ein Non-Profit für einen, meine ich so sagen. Der Grund, dass sie gekommen sind, ich habe heute mit Guido leider darüber gesprochen, hat eigentlich mit dem Anlass zu tun, hat eigentlich mit ihrem Freund zu tun, Musik zu machen. Aber wenn da jemand wäre, dann wäre das, ja, das ist so lustig, dann auch wieder nicht. Und darum sind sie da. Der Guido hat mir das heute wirklich bestätigt. Ist das richtig, Guido? Das ist the reason why you are here. Und in dem Sinne wünsche ich euch jetzt so viel viel Spass, viel Freude, nachdenklich im Moment vielleicht auch, aber auch ein wenig ruckig im Moment. Und es ist lustig, da vorne gezielt zu denken. Abstand, ich weiss nicht. Wir haben hier ein paar Duschen genommen und die, die dann stört, je nachdem, spüren so etwas, die können es dann behalten.